Maria ging hinaus zu Zacharias Haus. Sie ging in Alder ein, bergauf und ab viel Main, weit weg von jeder Stadt, da sie ihr Bäslein hat. Sie ging alleine mit, es ging auch Josef mit, sie trug auch Gottes Sohn in ihrem Herzensdrom. Dazu ein Engelsschaf, da sie ihr Bäslein hat.